Willkommen zu Teil 3 des Vortrags Wissen ist nicht alles, Emotionen der Bildung zu Antifeminismus. In Teil 3 geht es um weitere Gründe für unterschiedliche emotionale Reaktionen auf Lernangebote, also Gründe, die nichts mit der inhaltlichen Haltung zu tun haben, und abschließend um Schlussfolgerungen für die Praxis aus allen drei Teilen. Ich habe, kurzer Rückblick, in Teil 1 mich mit Emotionen und konzeptionellen Grundlagen beschäftigt, habe Begriffe geklärt, habe einen Einblick gegeben zu Gefühlen und Krisenerfahrungen, Lernen zu Geschlechterverhältnissen und drei Standbeine von Prävention und Intervention gegen Diskriminierung vorgestellt. In Teil 2 habe ich Lernbedarfe von und Lernangebote für Teilnehmende mit verschiedenen Haltungen zu Feminismus, und Geschlechterverhältnissen vorgestellt, habe außerdem als analytische Grundlage für einen Teil davon Deutungen und Einordnungen angeboten, in Bezug auf antifeministische Denk- und Handlungsweisen. Jetzt in Teil 3 starte ich mit dem Thema Heterogenität in Lerngruppen 2, also jetzt nicht mehr Heterogenität in Bezug auf Gefühle zu den Themen, sondern weitere mögliche Gründe für positive, ambivalente und negative Gefühle zu Lernangeboten, und zwar einerseits in Bezug auf Haltungen und Emotionen zum Umgang mit neuen Informationen, Herausforderungen, Umdenken und Komplexität, und zum anderen Haltung und Emotionen zur gewählten Methodik, Didaktik, Sprache und Vertrauen ins Lernsetting. Ich ziehe dann ein Fazit aus den beiden Heterogenitätsthemen aus Teil 2 und 3 und komme dann zu Schlussfolgerungen für die Praxis. Da gehe ich einmal ein darauf, was ich mir unter emanzipatorischer Bildung oder Pädagogik vorstelle, gebe da nochmal ein paar Prinzipien rein, schlage dann Anregungen vor, insgesamt zu einer Praxis zu diesem Thema, wo ich auch relativ viel aus den Teilen 2 und 3 zusammenfasse und gehe am Schluss nochmal zumindest mit einem kurzen Einblick ein auf Besonderheiten in anderen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit. Wir sind also jetzt im Thema Heterogenität in Lerngruppen 2 und wichtig ist mir da einleitend zu sagen, es geht eben bei emotionalen Reaktionen von Teilnehmenden nicht immer um unsere Inhalte und politische oder soziale Haltungen zu unseren Inhalten, sondern auch um anderes. Und zwar unter anderem kann es gehen um Haltung und Emotionen zum Umgang mit neuen Informationen, um Herausforderungen, um Denken und Komplexität. Teilnehmende können auf neue Informationen, auf Herausforderungen in Lernangeboten, auf die Einladung, Denken zu verändern, Denken weiterzuentwickeln oder auch ihre Gefühle sozusagen nochmal anzuschauen und vielleicht weiterzuentwickeln oder auch auf eine Konfrontation mit Komplexität, mit Neugier reagieren. Sie können das total spannend finden. Sie können mit viel Offenheit reagieren. Es kann sein, dass Sie Selbstwirksamkeitserwartungen haben, also dass Sie davon ausgehen, wenn Sie sich damit jetzt beschäftigen und darauf einlassen, dann verstehen Sie das auch gut und können daraus ein besseres Handeln ableiten. Oft reagieren Sie darauf entsprechend, wenn Sie davor schon gute Erfahrungen gemacht haben, dass Sie auf Lernangebote Ihnen irgendwie verwandt vorkommen, auch dass Ihnen das gelungen ist, das in Ihr Denken zu integrieren und daraus besseres Handeln abzuleiten. Es kann sein, dass Sie sich inspiriert fühlen, ganz viel weiterzudenken, dass Sie sich, also dass Sie Ihre Kreativität ausgelöst fühlen. Also von, aha, wenn das so und so ist, dann könnte das ja das heißen und ich könnte das ausprobieren. Vielleicht auch Kreativität sogar im engeren Sinn, medialer Produktion, also eine Idee zu haben, irgendwelche Kunstwerke zu produzieren damit und so weiter. Und es kann sein, dass Ihr Ehrgeiz geweckt ist in der Aneignung. Also ich kenne das von mir auch manchmal, wenn mich was besonders herausfordert. Und ich denke, wow, das stellt mein Denken ganz schön in Frage nochmal, dass das auch total meinen Ehrgeiz wecken kann, das jetzt wirklich zu durchdringen und zu durchdenken und das zu übernehmen und sozusagen mit meinem Weltbild abzugleichen und so weiter. Teilnehmende mit diesen emotionalen Reaktionen und mit dieser Haltung zu eben neuen Informationen, Herausforderungen, Komplexität, Umdenkenseinladungen werden häufig solche Lernprozesse total spannend finden. Und die sind möglicherweise demotiviert, wenn ich den Ball zu flach halte. Also wenn ich eigentlich nur das immer Gleiche wiederhole, was Sie eh schon tausendmal gehört haben, kann es sein, dass ich die verliere. Dann gibt es auf der gegenüberliegenden Seite Menschen, und die müssen überhaupt nicht kritisch zum Feminismus stehen. Ich habe auch Menschen im Kopf, die ich als ganz sichere feministische Verbündete begreife, die trotzdem ersthabend Reserviertheit reagieren, auf neue Informationen, auf Herausforderungen, insbesondere wenn sie umdenken sollen, möglicherweise auch auf Komplexität. Also erst mal eine Reserviertheit haben und so ein Gefühl, das könnte aber auch was, vielleicht was in Frage stellen, was mir wichtig ist, wie verhält sich das eigentlich zu meinen Werten, und die erst mal sehr langsam und gründlich abgleichen, ob das nicht irgendwelche negativen Konsequenzen haben könnte. Das müssen nicht Leute sein, die sozusagen keine Verbündeten sein können. Es können Leute sein, für die die Themen neu sind, oder es können auch Leute sein, die ganz tief schon auch in bestimmten Themen drinstecken, die total durchdacht haben, und dann komme ich mit irgendwie in einer neuen feministischen Teilrichtung. und dann sind sie völlig, also, nee, warte mal, es könnte jetzt sein, dass das alle unsere feministischen Errungenschaften über den Haufen wirft. Also es müssen nicht nur Leute sein, die kritisch gegenüber Feminismus sind. Aber erst mal kann das für Leute sehr anstrengend sein, sich auf Lernprozesse einzulassen, wenn sie eher reserviert reagieren, auf neue Informationen und so weiter, und erst mal das Gefühl haben, es könnte was bedrohen. Das gilt erst recht für Leute, die nicht nur sozusagen kognitiv reserviert sind, sondern die auch emotional eher misstrauisch sind, eher Sorge haben, mit Angst reagieren oder mit Wut reagieren, auf neue Informationen, auf die Anforderungen, vielleicht umzudenken, ihr Denken zu hinterfragen, oder auch auf Komplexität, was noch mal ein bisschen anders funktioniert, also die von Komplexität eher überfordert sind, die sich davon eben nicht inspiriert fühlen und ihren Ehrgeiz geweckt fühlen, sondern vor allem erst mal sich überfordert fühlen, sich blockiert fühlen, ihre eigene Weltsicht und Werte erst mal bedroht fühlen und deshalb erst mal dagegen argumentieren oder auch auf Durchzug schalten, in den inneren Rückzug zu gehen. Das muss ich gar nicht merken. Es kann sein, dass die mir sogar nach dem Mund reden, aber innerlich blockieren. Wenn ich solche Leute erreiche, kann das sein, dass die langfristige Verbündete werden und dass sie, wenn sie so erst mal mit aller Sorgfalt das, was ich ihnen anbiete, mit ihrem Weltbild abgeglichen haben und tief durchdrungen haben, dass die möglicherweise bei dem Thema dabei bleiben, da sind Leute, die ständig an Neuem interessiert sind, schon zehn Themen weiter. Also so Leute zu gewinnen, kann auch ein großer Gewinn sein für feministisches Engagement. Und die sozusagen, also ihre Abwehr für eine Abwehr inhaltlich zu halten, wenn es erst mal einfach ist, dieses, boah, jetzt was Neues, warte mal, ey, was soll das jetzt? Nee, warte mal, also da gehe ich jetzt, aber ich gehe jetzt nicht jeden Schritt mit. Das muss nicht heißen, dass wir uns um sie nicht bemühen sollten. Und auch hier ist es so, wie ich das vorhin schon gesagt hatte, das sind eher zwei Pole mit ganz vielen Teillinien. Ich habe ja schon auch differenziert, gerade zwischen Reserviertheit oder eher so einer emotionalen Reaktion wie Angst oder zwischen, ich bin sozusagen, ich fühle mich desorientiert oder ich will erst mal ganz in Ruhe drüber nachdenken oder so. Also es sind eigentlich viele Teillinien, die ich hier sehr grob vereinfache in zwei Gruppen. Und auch hier gibt es Leute, die irgendwo dazwischen verortet sind. Also die ambivalent sind, die zögerlich sind, die sich langsam im eigenen Tempo annähern, die vielleicht gleichzeitig neugierig sind, aber auch Sorge haben, dass ihnen wichtige Werte dadurch verloren gehen könnten. Also es gibt ganz viele Teilbereiche hier. Und es ist ein bisschen schwierig, die Bedarfe der einen, also wenn ich mir die beiden Pole angucke, beide Bedarfe unterzubringen. Weil für die einen wird es möglicherweise langweilig, wenn sie den Eindruck haben, dass ich hier mit Samthandschuhen vorgehe und Irritationen vermeide und alles in ganz einfache Häppchen verpacke. Und für die anderen kann genau das hilfreich sein, weil sie das Gefühl haben, sie kriegen dadurch Zeit, sich zu beschäftigen. Es geht häufig methodisch oder didaktisch schon, dass ich eine Möglichkeit eröffne, in unterschiedlichen Tempi sich zu beschäftigen mit dem Thema. Sodass die einen ganz in Ruhe das durchdenken können und ich meine Reaktionen, aber zum Beispiel, wenn die immer wieder Rückfragen stellen, die in ihrem Lerntempo sozusagen etwas wieder borstiger sind, auf eine Art, dass ich meine Antworten so gestalte, dass die auch für die andere Gruppe spannend sein können. An manchen Stellen muss ich aber schauen, wo ich das Lerntempo ausrichte und ich sollte es auch nicht immer an den langsamsten ausrichten. Das ist eine Abwählungsfrage, wie ich da in Gruppen mit umgehe. Zum anderen können emotionale Reaktionen auch was damit zu tun haben, wie meine gewählte Methodik und Didaktik, also welche Methoden wähle ich, was für Arten von Methoden, aber auch Didaktik, wie baue ich so eine Lerneinheit auf, wie gehe ich mit Rückfragen um, wie viel zuhören im Verhältnis zu, wie viel reflektieren im Verhältnis zu, wie viel sprechen im Verhältnis zu, wie viel spielen und so weiter. Wie mache ich Gesprächsführungen, also all sowas, aber auch meine Sprache, also sowohl welche Sprache im Sinne von Deutsch, Englisch und so weiter, Lautsprache, Gebärdensprache, Schriftsprache, aber auch Sprache im Sinne von Milieusprache oder wie komplex oder einfach spreche ich, wie viele aktivistische Begriffe habe ich drin und so weiter. Also alles das kann die Emotionen beeinflussen und auch das Vertrauen ins Lernsetting und da haben wir auch das Thema Lerntraumata, also dass Leute teilweise sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben in zum Beispiel der Schule, also Demütierungserfahrungen bis hin zu Gewalterfahrungen möglicherweise, Beschämungserfahrungen und so weiter und die Frage ist dann, ruft sozusagen mein Lernsetting das auf? Entweder überhaupt, weil es überhaupt ein formales Lernsetting ist oder weil ich zum Beispiel in der Schule auch außerschulisch was anbiete oder gar als Lehrkraft in der Schule, dann habe ich häufig alles mit im Boot oder aber auch egal, was ich mache und wenn ich es noch so gut mache und in einen ganz hübschen, nicht formalen Lernraum gehe und so weiter, kann es trotzdem einfach diese Erfahrungen möglicherweise aufrufen. Also wir haben hier auch eine große Gemengelage und dann haben wir Leute, für die passt das alles ganz perfekt. Also für die sind die Methoden toll, die finden meine Sprache toll, entweder weil ich ganz einfach spreche und sie mich toll verstehen oder weil ich ganz spannende neue Begriffe biete und sie haben Lust auf die neuen Begriffe oder weil sie mögen, dass ich so locker spreche und informell oder weil sie es gerade total spannend finden, dass ich so elaboriert spreche. Also auch verschiedene Leute mögen verschiedenes an Sprachen. Ich werde es in heterogenen Gruppen nicht allen recht machen können, aber es gibt Leute, die finden das toll, wie ich spreche. Es gibt Leute, für die ist das Lernsetting teuer, entweder weil sie insgesamt ganz hervorragende Erfahrungen mit Lernsettings gemacht haben oder weil mein Lernsetting anders ist als das, wo sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil ich mehr spiele oder weil ich auf keinen Fall spiele, weil sie nämlich Spiele hassen und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Leute, für die das alles toll passt, mit Begeisterung reagieren, offen sind, dass das ihr Interesse weckt, dass sie sich auch als kompetent wahrnehmen. Also wenn die Methoden gut zu ihren Kompetenzen passen, das kann natürlich schön für das Gefühl dazu sein, sich als Kompetenz wahrzunehmen, dass sie die Relevanz wahrnehmen, weil meine Versuche, die Relevanz zu vermitteln, sie eben gut ansprechen. Dass sie einen Vertrauensvorschuss haben. Also weil es so gut passt, glauben sie, dass ich ihnen auch inhaltlich was Interessantes vermitteln kann, weil ich so nett bin oder was auch immer. Und dass es auch gute Vorerfahrungen für sie aufruft. Und dann habe ich auf der gegenüberliegenden Seite in der Polarität Menschen, die desinteressiert reagieren, die das langweilig finden, was ich hier anbiete. Gar nicht, weil es inhaltlich wirklich langweilig für sie sein müsste, aber weil die Art, wie es Vermittler einfach wirklich völlig an ihnen vorbeigeht. Und oder die sich überfordert fühlen, die mich nicht verstehen oder die Relevanz nicht verstehen. Dass sie mit Misstrauen reagieren. Also wenn ich mit so komischen Methoden hier komme, dann kann ja auch vielleicht inhaltlich da gar nichts dran sein. Oder jedenfalls glauben, glauben, dass meine Methoden vielleicht auch feindselig gegen sie gerichtet sind. Meine Sprache auf jeden Fall. Die Fremdheitsgefühle haben, weil ich ganz milieufremd spreche zum Beispiel. Oder weil ich jetzt von ihnen plötzlich will, dass sie sich emotional zeigen. Also wenn man mit Menschen in Behörden arbeitet, dann gibt es häufig so eine Kultur von sehr distanziert zu arbeiten. Plötzlich komme ich hier mit Emotionen oder dann Spielchen. Also das ist ja wohl hier völlig was Komisches. Oder wenn ich nicht formal genug gekleidet bin, zum Beispiel in so einem bestimmten Setting. In einem anderen Setting, wenn ich zu formal gekleidet bin. Das kann Fremdheitsgefühle machen. Es kann Sorge aufrufen. Es kann Ängste machen. Also auch Scheiternsängste bei zum Beispiel überfordernden Methoden. Es kann das Gefühl aufrufen, sich selbst schützen zu müssen. Und dann geht die ganze Energie in Selbstschutz und nicht mehr in mich einlassen auf das Thema. Und Selbstschutz, das kann auch Leute betreffen, die gar nicht privilegiert sind im Thema. Also in Themen, wo es Coming-out-Fragen gibt. Und ich gehe in eine Schulklasse, das habe ich erlebt, und arbeite mit denen zwei Tage zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Da geraten nicht nur die Leute in Unruhe, die da irgendwie feindselig eingestellt sind, sondern möglicherweise geraten auch die Leute in Unruhe, die Angst haben, geoutet zu werden. Oder Angst haben, sich zu zeigen. Oder die schon geoutet sind oder jedenfalls verdächtigt werden. Weil es die ganze Zeit dann um Themen geht und dann müssen sie sich anhören, was die anderen dazu sagen, was feindselig sein könnte. Das kann eine Riesenunruhe machen und ein Gefühl machen von, jetzt muss ich mich zwei Tage um Selbstschutz kümmern. Denn ansonsten fällt mal ein schwul feindlicher Spruch zum Beispiel oder ein transfeindlicher Spruch, aber ich habe nicht zwei Tage am Stück dieses Thema vor der Nase und die Reaktionen der anderen. Und muss vielleicht noch überlegen, wie ich bloß nicht zu viel Interesse zu erkennen gebe, weil sonst könnte ich verdächtigt werden. Es kann sein, dass eben Verletzungserfahrungen im Raum stehen und oder Lerntraumata. Und für diese Leute in dieser Gruppe ist das ein wahnsinnig anstrengender Prozess. Auch das heißt überhaupt nicht, dass sie irgendwas inhaltlich verweigern. Aber diese Anstrengungen, entweder können sie gegen sich wenden, indem sie einfach innerlich aussteigen oder sie machen sie zu meinem Problem, indem sie dann für mich halt auch anstrengend sind. Und das kann durchaus sein, dass sie dann auch durch widerständige inhaltliche Äußerungen anstrengend sind, dass aber die eigentliche Ursache zum Beispiel Überforderung dem Lernsetting ist. Oder sich selbst schützen zu müssen und sich zum Beispiel vor Verdächtigungen zu schützen, indem sie sich besonders feindselig äußern, damit sie überhaupt nicht in den Verdacht geraten. Oder eben zu blockieren und sich zu verweigern, aus Sorge, dass ich sie sonst beschämen könnte. Also es kann viele Gründe auf dieser Ebene geben. Und auch hier geht es ja um ein Spektrum. Das heißt, es gibt Leute, die irgendwo mittig positioniert sind, die einfach ambivalent sind, erst mal abwarten, langsam Vertrauen aufbauen. Oder es gibt zum Beispiel Leute, die finden meine Sprache toll. Aber, also ich mache mal ein Beispiel, die finden toll in meiner Sprache, dass die so elaboriert ist und spannende Begriffe hat. Aber diese Spielchen, also das ist ja wohl, also hier, Spielchen finde ich total nervig. Oder umgekehrt, die finden toll, dass ich mich total einfach ausdrücke. Aber dann gibt es so Methoden, wo man so reflektieren soll über Gefühle. Das ist irgendwie, nee, also das überfordert mich jetzt gerade. Also das heißt, auch hier können Leute total unterschiedlich verortet sein auf den unterschiedlichen Teilpunkten. Und, also ich würde sagen, in diesem Thema ist es total wichtig, soweit ich es irgendwie im Rahmen meiner Ressourcen, der Zeit und so weiter leisten kann, zu gucken, methodisch, didaktisch für alle was einzustreuen. Also, wenn die Spielchen machen, die für manche komisch sind, für andere toll sind, daneben auch was zu setzen, was ein bisschen ernsthafter ist und so weiter. Also zu versuchen, verschiedene Zugänge zu mischen. visuelle Methoden mit eher Denkmethoden zu mischen, sprachbasierte Methoden mit handlungsorientierten Methoden und so weiter. Also den Versuch, dass für viele was dabei ist. Desto weniger Zeit ich habe, desto schwieriger wird das. Oder desto mehr ich versprochen habe, inhaltlich zu vermitteln. Also in Fortbildung, wenn ich ganz viel inhaltlich verspreche, ich kann am meisten Inhalt in kurzer Zeit über Vortrag vermitteln. Das heißt halt, dass für manche Leute da nicht so viel dabei ist. Das heißt, das muss man abwägen. Wenn ich frei ausschreibe, sollte ich sehr transparent sein über meine Methoden, sodass Leute überlegen können, ob mein Angebot für sie passt. Wenn das Zwangsveranstaltungen sind, dann ist es schwieriger. Wenn ich jetzt sozusagen auf diese gesamten Heterogenitätsaspekte gucke, dann haben wir mit einer wahnsinnige Menge Lage es zu tun. Besonders schön können diese Lernprozesse sein und dann kriege ich auch häufig besonders schöne Gefühle wiedergespiegelt. Für Leute, die eine positive Haltung zum Feminismus, Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung haben, die auf mein Setting und meine Angebote und meine Didaktik und neue Inhalte und so weiter und Komplexität, Reagierend, Begeisterung, Offenheit, Interesse, Kompetenz, Relevanzwahrnehmung, Vertrauensvorschuss, guten Vorerfahrungen, Neugier, Selbstwirksamkeitserwartungen, also sich auch als kompetent wahrnehmen darin, Inspiration, Kreativität, Ehrgeiz. Besonders anstrengend wird mein Angebot für Leute, die auf das Setting, das ich anbiete, mit Desinteresse, Langeweile reagieren und oder Überforderungen nicht verstehen, Misstrauen, Fremdheitsgefühlen, Sorge, Angst, Selbstschutz, Verletzungserfahrungen, Lerntraumata, die auf ein neues Komplexität umdenken und so weiter reagieren mit Reserviertheit, Misstrauen und oder Sorge, Angst, Wut, Desorientierung, Überforderung, also mit dem Gefühl, die eigene Welt sich, die eigenen Werte werden, könnten bedroht sein zumindest und durch erstmal dagegen argumentieren, das ist nämlich auch anstrengend oder auf Durchzug schalten, das ist auf Dauer langweilig auch und oder die eine negative Haltung zu Feminismus, Geschlechtergleichstellung oder Antidiskriminierung haben und dann gibt es in all diesen Themen eben Leute, die irgendwo dazwischen positioniert sind und es gibt auch Mischungen zwischen den verschiedenen Linien, die ich aufgezeichnet habe, also es gibt Leute, die sind zum Beispiel eher ein bisschen reserviert gegenüber so den feministischen inhaltlichen Themen, die ich habe, ich habe jetzt gerade eine Person vor Augen aus einer meiner letzten Gruppen und gleichzeitig finden sie es toll, dass ich das mit der Selbstbestimmtheit wirklich ernst meine und dass ich wirklich respektvoll damit umgehe, wenn sie auch mal sich rausziehen oder mal was anderes, also sich selbstständig mit den Themen beschäftigen und nicht jeden Vortrag zum Beispiel anhören jetzt in der Fachkräftebildung und ihr eigenes Projekt machen und die sozusagen darauf, dass ich darauf respektvoll reagiere und das wirklich ernst nehme mit dem Respekt und der Selbstbestimmung, dann auch offener schauen, mit welchen meiner Inhalte sie doch was anfangen können, auch wenn sie bei anderen erstmal skeptisch sind. Oder es kann eben sein, dass Leute eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Lernsettings, aber dadurch, wie ich rangehe, mir so vertrauen und mir auch nochmal anders vertrauen, weil ich als feministisch ihnen bekannt bin oder erscheine, dass sie sich dann nochmal auf was Neues einlassen, auch wenn das Neue sie eigentlich, auch wenn sie tendenziell eher misstrauisch bei neuen Dingen sind, aber dass es so ein Vorvertrauen gibt. Also das heißt, es gibt Mischungen auf diesen ganz verschiedenen Ebenen. Insgesamt ist es so, dass wir in den meisten Formaten nicht allen gleichzeitig gerecht werden können und nicht alle gleichzeitig erreichen können. Also gleichzeitig schon gar nicht, weil Leute einfach so unterschiedliche Wünsche und Ansprüche und Bedarfe haben an Lernerfahrungen. Das geht gar nicht auf einmal, da kann ich irgendwie noch mischen, aber wenn das, desto kürzer das Angebot ist oder desto mehr Inhalte ich in einer bestimmten Zeit bearbeiten muss, desto weniger kann ich auch eine Mischung finden, die für alle gleich gut ist. Ich muss mir das vor Augen führen und dabei bewusste Abwägungen treffen, aber eben mitdenken, dass es nicht immer, wenn das nicht so klappt, wie ich mir das wünsche, um meine Inhalte geht, sondern möglicherweise auch um den Umgang mit neuen Informationen, um meine Methoden, meine Sprache, Vertrauen, Vertrautheit, Misstrauen und Fremdheit gegenüber mir oder dem Lernsetting gute oder schlechte Vorerfahrungen, sich mit eigenen Erfahrungen gesehen oder nicht gesehen zu fühlen und so weiter und ich sollte mich halt bemühen, je nachdem was geht in dem Lernsetting, das ich habe, mit meinen Ressourcen mich dem zumindest anzunähern, verschiedene Bedarfe und Herausforderungen mitzudenken und nicht davon auszugehen, die, die ich nicht so gut erreiche, das liegt nur daran, dass sie total diskriminierungswillig sind und ihre Privilegien absichern wollen. Was heißt das jetzt alles für die Praxis? Ich mache einen Exkurs, was meine ich eigentlich mit emanzipatorischer Bildung oder Pädagogik und ich werfe Bildung und Pädagogik zusammen, weil Pädagogik noch ein bisschen breiter ist und auch nicht formelle Lernsettings mit umfasst. Aus meiner Sicht heißt das erstmal keine autoritäre Zurichtung. Also ich habe in den letzten Jahren viel mit Ibn Sadi zusammengearbeitet, von dem ich nochmal übernehme, stärker zu differenzieren zwischen emanzipatorischer Pädagogik und antidiskriminierender Pädagogik, also weil es durchaus auch autoritäre Settings gibt, die sich gegen Diskriminierung richten und emanzipatorische Pädagogik hat nochmal mehr im Kopf, wo wollen wir eigentlich hin? Also was ist die Gesellschaft, in die wir hinwollen? Nämlich eine freiere, eine wohlwollendere, also die mit Differenz wohlwollender umgeht und so weiter und dass, wenn ich mich dahin bewegen will, der Zweck nicht die Mittel heiligt. Also es heißt schon, ich muss, um Leute zu schützen, muss ich auch meine Autorität auch im Sinne harter Grenzen manchmal nutzen und Leute zum Beispiel rauswerfen, die andere schädigen gerade oder die Bildungsteilhabe von anderen einschränken. Aber bei allem, wo ich sozusagen autoritär vorgehe oder Macht nutze, immer nochmal zu fragen, was rechtfertigt das eigentlich? Und erstmal grundsätzlich nicht über eine autoritäre Zurichtung oder Manipulation vorzugehen. Ich kann mir das auch über die Ziele überlegen. Also einerseits, wenn ich möchte, dass Leute lernen, wie sie sich so verhalten können, dass wir uns einer irgendwie emanzipierteren Gesellschaft besser annähern, dann werden sie das nicht davon lernen, dass ich sie beschäme, demütige und so weiter abwerte, weil sie mal ein falsches Wort gesagt haben. Damit lernen Leute nicht, wie ein besserer Umgang miteinander aussehen könnte. Und wenn ich mir es von der Wirkung her angucke, ist das einfach nicht wirksam, weil die wenigsten werden das mitmachen. Und die dies mitmachen, weil sie halt schon gelernt haben, das zu normalisieren, dass sie ständig autoritären Anrufungen ausgeliefert sind, die werden danach dann auf andere Leute treffen und dann vielleicht auch eine Links-Rechts-Wende machen. Also es ist ja kein Zufall, dass viele Leute, die auch aus einer linken Organisation mal kamen, sich irgendwann nach rechts gewendet haben, also wenn die aus autoritären linken Organisierungen kamen. Ich denke jetzt an Leute, die in den 70er Jahren aktiv waren und dann so eine Rechtswende gemacht haben. Also weil Rechte können das viel besser mit den autoritären Anrufungen. Die verliere ich sofort wieder, sobald da eine andere Autorität daherkommt. Und ich bin in der Machtposition, wenn ich Bildungsarbeit mache, auch ethisch finde ich es absolut nicht legitim, Leute zu überwältigen. Also wir haben im Beutelsbacher Konsens der politischen Bildung haben wir das Überwältigungsverbot und ich finde das richtig. Das heißt, ich finde, wenn ich ein Lernen für eine bessere Gesellschaft machen will, dann verbietet es sich mir, außer wenn ich andere wirklich dringend schützen muss und gar keine andere Chance habe, über Methoden von Manipulation, Zurichtung, Überwältigung zu arbeiten. Ein wichtiger Teil der emanzipatorischen Pädagogik ist es aus meiner Sicht, das Utopische durchblitzen zu lassen. Also erfahrbar zu machen, dass etwas zu gewinnen ist an Lebensqualität, an Beziehungen, an Miteinander, an Respekt, an Solidarität, an Gestaltbarkeit. Ich glaube, es ist wahnsinnig viel zu gewinnen und wenn es mir nicht gelingt, das nicht zumindest durchblitzen zu lassen in dem Lernangebot, dann ist irgendwas schief gegangen. Manchmal kann ich nicht, weil die Gruppe so krass ist, in dem wie feindselig, die miteinander sind, dass ich die ganze Zeit nur mit Schadensbegrenzung beschäftigt bin, aber grundsätzlich sollte mein Lernangebot so ausgerichtet sein, dass es eine Chance hat, dass das durchblitzt. Und nicht nur schwere Härte und Kritik. Das wird nicht zu vermeiden sein, aber nicht nur das, sondern es muss irgendwie zumindest ausbalanciert sein. Und ich sage mal kurz, dass ich hier sehr viel mehr nochmal zu diesen Themen ausgeführt habe, in dem Text, der online steht. Aus diesem Zugang emanzipatorische Pädagogik leitet sich gerade auch im Kontext der kritischen Psychologie, da gibt es auch interessante Möglichkeiten, nochmal nachzulesen, ab ein Herangehen, das heißt Lernangebote machen. Also natürlich habe ich irgendwelche Ideen, wie ich am liebsten hätte, dass die Leute danach denken und fühlen würden. Aber ich versuche nicht mit aller Macht, sie da hin zu bringen, sondern ich versuche Lernangebote so zu gestalten, dass sie eine Chance haben, damit hinzukommen. Das heißt, einerseits alles, was ich vorhin gesagt habe, über Relevanzherstellung, emotionale Ansprache, mitdenken, wo vielleicht Widerstände auch noch herkommen könnten, an Dingen, an denen ich was schrauben kann, die nichts mit Verweigerung zu tun haben und so weiter. Also zu versuchen, mein Angebot möglichst gut zu gestalten. Und wenn ein Lernprozess nicht gelingt oder irgendwas nicht in meinem Sinne gelingt, nicht immer vorschnell zu glauben, das liegt daran, dass die Teilnehmenden inhaltlich blöde Positionen haben, sondern erst mal auch zu analysieren, wo könnte das vielleicht auch mit einer Schwäche meines Angebots zu tun haben, für verschiedene Teilzielgruppen. Entlang all dieser Heterogenitätsmerkmale, die ich aufgemacht habe und vielleicht auch weiterer. Und zu schauen, gibt es dann weiteres Entwicklungspotenzial. Also kann ich mein Angebot ausbauen in irgendeiner Form, in der ich noch ein paar Barrieren abbauen kann, sodass mein Angebot annehmbarer wird. Das heißt nicht, dass alle das annehmen werden. Wenn ich Selbstbestimmung fördern will, heißt das auch zu respektieren, dass Menschen zu anderen Schlüssen kommen können. Das heißt nicht, dass ich dem politisch nicht entgegentrete. Das tue ich. Aber trotzdem, also ich versuche auf Augenhöhe entgegenzutreten. Aber wo liegt es an Dingen, wo ich trotzdem was tun kann, dass mein Angebot annehmbarer ist, für die, die irgendeine Offenheit haben, es anzunehmen? Und dann muss ich mir die Rahmenbedingungen anschauen, was davon ist tatsächlich gestaltbar. Ich kann mit wenig Bezahlung, wenig zeitschlechten Personalschlüssel und so weiter, kann ich echt nicht zaubern. Aber an manchen Dingen kann ich vielleicht doch auch ein bisschen was bewegen und vielleicht auch die Rahmenbedingungen mitgestalten. Mein Ziel ist Wirksamkeit. Also mein Ziel ist, mein Ziel ist in dieser Bildung nicht, ich will immer das politisch-moralisch Richtige sagen und dann ist schon alles gut, weil ich habe ja bewiesen, dass ich das Richtige sage. Da habe ich mich mal ertappt gefühlt mit einem Feedback und dachte, aiaiai, da hat was gestimmt. Sondern zu schauen, was ist wirksam. Also politisch-moralisch kann es durchaus richtig sein, zu sagen, ich mache hier nicht immer die Erklärbärin und Leute sollen sich bitteschön mal aus eigener Motivation jetzt mit ihren Privilegien beschäftigen und mit den Konsequenzen ihres Handelns, auch wenn sie nicht privilegiert sind und trotzdem unsolidarisch handeln und so weiter. Das kann politisch-moralisch total richtig sein. Es ist total ungerecht, dass häufig Betroffene immer wieder die Aufklärungsarbeit machen müssen, dass es häufig wirksamer ist, wenn ich geduldig vorgehe, wenn ich einfühlsam vorgehe und so weiter. Also ich bin das niemandem schuldig auf einer Alltagsebene. In der Pädagogik, wenn ich in der Machtposition bin, bin ich ein bisschen mehr Geduld und Einfühlsamkeit durchaus schuldig. Aber auch wenn ich es nicht schuldig wäre, ist die Frage, was wirkt. Und wirksamer sind häufig die Dinge, die ungerechterweise mehr Belastung, also mehr emotionale Arbeit zum Beispiel für Betroffene bieten. Was ich nicht richtig finde, ist meine Teilnehmenden, also die betroffenen oder engagierten Teilnehmenden dazu aufzurufen, dass sie ständig emotional einfühlsam sein sollen. Auf keinen Fall. Die kann ich auch dazu ermutigen, klare Grenzen zu setzen, nicht immer geduldig zu sein, nicht immer den Fehler bei sich zu suchen und so weiter. Aber wenn es mir um eine pädagogische Wirksamkeit geht, dann kann es sein, dass ich die erhöhe, wenn ich eben doch geduldig bin, wenn ich eben doch einfühlsam bin, wenn ich einen emotional warmen Raum schaffe und so weiter. Also das nochmal zu trennen. Und wenn ich Bildungsangebote gestalte, muss ich natürlich meine Grenzen berücksichtigen. Es gibt einfach Grenzen, das geht auch, da geht es nicht weiter. Aber trotzdem innerhalb dieser Grenzen kann ich die Wirksamkeit erhöhen, wenn ich alles das, was ich jetzt schon ein paar mal wiederholt habe, mache und tue. Wenn ich mir dann Emotionen anschaue, dann versuche ich gleichzeitig zu sehen, die sind individuell und sie sind politisch. Also es ist natürlich kein Zufall, dass in einer Gesellschaft, die in vielfacher Weise von all diesen Sexismen geprägt ist und von vielen weiteren diskriminierenden Strukturen, dass in so einer Gesellschaft Leute Gefühle haben, die sie jetzt nicht total offen machen für feministische Denkangebote. Das ist kein Zufall. Sondern die sehr gut zu verschiedenen Sexismen passen. Das heißt, es geht jetzt auch nicht darum, Gefühle einfach unangetastet zu lassen. Aber erstmal faktisch sind die Gefühle halt da und die gehen nicht davon weg, dass ich Leuten sage, dass die Gefühle falsch sind. Sondern irgendwie muss ich mit denen arbeiten und muss sie berücksichtigen und erstmal als Fakten hinnehmen. Und dann kann ich mit Teilnehmenden schon dazu arbeiten, was sie mit den Gefühlen machen. Das ist dann eine andere Frage nochmal. Genau, dazu gehört eben, also um das machen zu können, um Wirksamkeit erreichen zu können, heißt es, mich zu interessieren, auch eben über diese politisch-moralischen Bewertungen hinaus. Nicht die über Bord zu werfen, aber mich zu interessieren über sie hinaus. Und relevant können auch intersektionale Spannungen sein. Also in allen Ungleichheitsverhältnissen oder fast allen erleben Menschen, dass sie abgewertet werden dafür, dass sie nicht die richtige Sprache sprechen, nicht richtig denken, sich nicht normgerecht verhalten und so weiter. Es hat eine hohe Relevanz zum Beispiel im Klassismus, im Rassismus, im Ableismus, also der Abwertung von Menschen mit Behinderungen, auch rund um Neurodiversität, also Thema Autismus oder ADHS zum Beispiel, im Adultismus, also der Entrechtung oder nicht ernst nehmen von Kindern, wie auch in allen Sexismen. Es kann sein, wenn Menschen den Eindruck haben, ich bewerte sie, ich werte sie ab für falsches Denken, für falsches Sprechen und so weiter, dass ihre Erfahrungen aus all diesen Diskriminierungsverhältnissen aufgerufen werden, dass sie deshalb auf die Barrikaden gehen oder sich innerlich entziehen. Es kann auch sein, dass es Anerkennungsdefizite und damit auch Konkurrenzgefühle zwischen den Verhältnissen gibt. Also wenn Leute ständig Klassismus erfahren oder Rassismus oder Ableismus, dass sie, also um jetzt nur drei Beispiele zu geben, dass sie, und dann erfahren sie von mir, sie sollen sich jetzt hier bitteschön mal mit Sexismus oder Sexismus beschäftigen, dass sie sagen, nee, also jetzt erstmal will ich gesehen werden mit meinen Erfahrungen. Und dann können wir mal drüber nachdenken, ob ich da einen Schritt mitgehe. In der Kurzzeitpädagogik ist das total schwierig, wenn es nicht genug pädagogische Angebote zu all diesen Themen gibt, wie gehe ich damit um, aber zumindest zu bemühen, zu aller Mindest das zu würdigen und vielleicht ein paar kleine intersektionale Einheiten einzubauen und mich auf jeden Fall inhaltlich mal zu positionieren. Das kann zumindest was eröffnen, auch wenn es das Problem nicht löst, dass es zu wenig pädagogische Angebote zu all diesen Themen gibt und einen riesen Bedarf. Und vielleicht kann es mir gelingen, Konkurrenzgefühlen zwischen den Gefühlen, äh, zwischen den Gefühlen, zwischen den verschiedenen Themen Solidarität entgegenzusetzen. Also eine Idee von einer Solidarität, die themenübergreifend stattfindet und sich gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit richtet. Bei all dem sollte ich meine Grenzen kennen und bewusst damit umgehen. Also einer ist die Grenzen, wo es mich selbst schädigt, aber auch zu wissen, es gibt Teilnehmende, mit denen kann ich mich nicht verbinden, weil die so viel Abwehr in mir auslösen oder so viele schlechte Erfahrungen in mir aufrufen, dass ich einfach nicht in der Lage bin, mich ernsthaft für sie zu interessieren und Verbindungen zu suchen mit ihnen. Das muss nicht heißen, dass die nicht erreichbar sind, das heißt, dass ich mich mit ihnen nicht verbinden kann. Also es ist eine Grenze meinerseits. Und Teilnehmende, mit denen ich mich nicht verbinden kann, die werden von mir nichts annehmen können. Das liegt nicht an denen, das liegt dann an mir an der Stelle. Das heißt, darauf, der Grundlage mir nochmal zu überlegen, mit welchen Zielgruppen arbeite ich, mit welchen kann ich einfach nicht arbeiten, weil ich denen nichts anzubieten habe. Ich komme jetzt von da zu den konkreten Anregungen. Hier ist eine Wiederholung dabei, weil ich sozusagen nochmal Dinge zusammenführe aus den verschiedenen Teilen bislang. Also erstmal ist wichtig, nicht zu schnell Teilnehmende zu GegnerInnen zu machen. Ich versuche ranzugehen, wenn Leute sich in irgendeiner Form abwehrend verhalten oder auch einfach sich innerlich entziehen mit einer Haltung des Nichtwissens. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Es kann sein, dass die wirklich politische GegnerInnen sind. Es kann sein, dass die wirklich Verbündete sind und heute einfach einen richtig schlechten Tag haben. Und es kann sein, dass auf all diesen Heterogenitätsebenen, die ich angesprochen habe, irgendwas für sie nicht passt. Oder dass sie sich von einer Krise bewahren müssen, dass sie wissen, wenn sie sich auf das Thema einlassen, dann fällt das ganze Kartenhaus ihres Lebens gerade zusammen. Und das geht gerade einfach nicht. Also es kann tausend Gründe geben, warum die sich gerade nicht öffnen. Und ich weiß das nicht. Ich muss dennoch klare Grenzen setzen, um die Teilhabe anderer Teilnehmender zu sichern oder um meine eigenen Grenzen zu wahren oder auch um vorzuleben, dass nicht jede Haltung normal und okay ist. Also ich muss auch an bestimmten Stellen stärke ich damit engagierte Teilnehmende oder auch unentschlossene Teilnehmende, also intensivisiere ich möglicherweise, indem ich sage, lieber hier an der Stelle geht es nicht weiter. Also es geht nicht um gegen klare Grenzen. Ich sollte solche Grenzen abgrenzen von Sanktionen für Benimmregeln. Also das nervt mich natürlich, wenn Leute zu spät kommen. Und das nervt mich oft auch, wenn Leute quatschen oder irgendwelche Sachen nicht machen, um die ich sie gebeten habe oder irgendwelche Sachen sabotieren oder sowas. Das ist für mich aber in einer ganz anderen Liga, als wenn die Dinge tun, die für andere Menschen diskriminierend oder verletzend sind. Und also ich habe an Berliner Grundschulen häufig erlebt, dass es so eine Grundregel gab, keine Ausdrücke. Und Ausdrücken sind da Schimpfwörter gemeint. Und dann ist egal, ob ich Scheiße sage oder ob ich ein wirklich diskriminierendes Wort verwende. Und das finde ich wichtig, da nochmal zu differenzieren. Also ich habe sowieso nichts gegen Ausdrücke, sondern nichts gegen Diskriminierende. Aber tatsächlich, also meine Grenze wird wirksamer, wenn ich klar mache, warum ist mir das hier besonders wichtig. Und nochmal was anderes als alle anderen Dinge, die mich auch nerven. Ich finde wichtig, immer wieder zu klären, wem habe ich was anzubieten. Also Leute, die nicht nichts anzubieten haben, werden nicht mitkommen. Das heißt, desto mehr ich vor Augen habe, wem ich was anbieten kann, und gucke, dass ich das in mein Angebot auch wirklich einpflege, desto wahrscheinlicher ist es, mehr Leute zu erreichen. Und dann ist die Frage, wenn ich weiß, was ich anzubieten habe, wie kann das gehen, damit die das auch wirklich annehmen können. Ich stecke viel Zeit im Beziehungsaufbau, in Beziehungsarbeit, in Förderung einer warmen Lernatmosphäre und einer zum Beispiel auch konstruktiv-kritischen Lernatmosphäre und in eine Förderung von konstruktiver Kritikfähigkeit. Und zwar sowohl zwischen mir und vielleicht meinen KollegInnen und den Teilnehmenden als auch unter den Teilnehmenden. Weil desto weniger Leute Angst haben vor Sanktionen, wenn sie zum Beispiel abweichende Positionen vertreten oder sowas, desto mehr werden die sich wahrscheinlich auf den Lernprozess einlassen können und auch tatsächlich Energie haben, dafür irgendwie umzudenken und so weiter und nicht die ganze Zeit mit Selbstschutz beschäftigt zu sein. Und auch in der Kurzzeitpedagogik plane ich da Zeit für ein, weil es Konsequenzen hat, wenn ich das nicht mache. Ich versuche, Framings anzubieten, also Rahmungen, Deutungsangebote für Emotionen, also zum Beispiel zu sagen, dass Emotionen zu diesen Themen dazugehören. Ganz viele verschiedene Emotionen, dass es total normal ist, die zu haben, dass es nicht heißt, man ist nicht cool genug oder bei professionellen Leuten sein, nicht professionell, also dass Emotionen nicht unprofessionell sind. Und dass es eher interessant ist, die als Hinweisgeber zu nehmen und vielleicht sie auch zum Thema zu machen. Und wo ich kann, zeitlich biete ich Raum, um über diese Emotionen auch zu sprechen. Und ich biete Framings für Kritik, unter anderem mit einem Konzept von Paul Metzgerill, Kompetenzlosigkeitskompetenz, also zu sagen, dass sozusagen diese Idee, wir müssten immer kompetent sein, dazu führt, häufig Unsicherheit zu überspielen, was dazu führen kann, schon ungerechnet Leuten umzugehen, wenn ich dann beschäftigt bin, meine eigene Unsicherheit zu überspielen, aber auch Ressentiments gegenüber Leuten fördern kann, die mich unsicher machen oder gegenüber Themen, die mich unsicher machen. Da kenne ich mich noch nicht genug aus, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und dann kann es sein, dass ich abwehrend mit den dahinterstehenden Anliegen oder Wünschen oder Forderungen oder sowas umgehe. Und ich lade Leute in meinen Lernsettings darin, dazu ein, Kompetenzlosigkeitskompetenz zu üben, also es als eine Kompetenz zu verstehen, Fragen stellen zu können, Unsicherheit zeigen zu können, unabgeschlossen denken zu können, auch mal wieder von der Position abrücken zu können, die ich davor geäußert habe und so weiter. Und das wirklich einzuladen, das als eine Kompetenz zu verstehen, die wir zusammen üben. Das kann viel entlasten, gerade auch in der Erwachsenenbildung. Ich versuche, Kritik als Lernangebot zu framen, also zu sagen, dass in so einer Gesellschaft wie unserer es total normal ist, dass wir ganz viele diskriminierende Denk- und Handlungsmuster einfach mit aufgesogen haben in unsere Sozialisation, dass es gar nicht möglich ist, da alles zu vermeiden und dass es ganz mühsam und schwierig ist, sich alles alleine anzulesen. Sondern dass wir eigentlich miteinander lernen müssen, uns gegenseitig Lernangebote machen. Und ich bringe immer ein Beispiel oder oft ein Beispiel von einem Teilnehmenden, der mich auf ein Wort hingewiesen hat, das in einem antisemitischen Kontext steht, das Wort Mauscheln. Und ich sozusagen durch seine Erklärung, das Wort kommt von mittelalterlich wie Meuschle sprechen. Meuschle war ein mittelalterliches Wort für Juden. Also das sozusagen, dadurch habe ich verstanden, ich wollte mich natürlich nicht antisemitisch ausdrücken, habe das aber getan und ich war ihm total dankbar, dass er mir dieses Lernangebot gemacht hat. Weil es mir ermöglicht hat, mein Handeln meiner guten Absicht anzupassen. Und ich versuche das immer wieder am Anfang schon zu framen, Kritik als Lernangebot zu verstehen, weil wir nicht alles alleine lernen können. Und versuche das auch vorzuleben, indem ich schon dieses Beispiel am Anfang gebe und auch unterwegs mal von eigenen Fehlern berichte und mich sozusagen auch kritisierbar mache und Lernen zeige. Das klappt, gelingt auch mir nicht immer jeden Tag. Aber ich bemühe mich, eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen. Ich bemühe mich, Raum zu bieten für die Auseinandersetzung mit Gefühlen zu den Themen und über Umgang damit zu sprechen. Manchmal passiert das schon eine ganz banale Sache, wie ich seit einem Videoclip und die Ärzte frage, was habt ihr gefühlt dabei? Und dann gehen wir erst weiter, den Clip inhaltlich zu besprechen. Also manchmal sind es Kleinigkeiten. Und wenn ich den Raum habe für Großigkeiten, ist das umso besser. Ich bemühe mich, den Anliegen, die anderen nicht schädigen, also sowas wie Orientierung, Handlungsfähigkeit, Sex, was auch immer, mit Respekt zu begegnen und handlungsorientiert zu arbeiten. Also wie kann ich meine Wünsche erfüllen oder jedenfalls versuchen, meine Wünsche zu erfüllen, ohne andere zu schädigen? Und wie kann ich damit umgehen, wenn ich mir nicht alle Wünsche erfüllen kann, ohne andere zu schädigen? Wie kann ich da einen guten Umgang mitfinden? Und insgesamt ist mir Handlungsorientierung wichtig, gerade auch für die Leute, die Diskriminierung erfahren oder die sich engagieren wollen. Ich habe von Anita Kalpacker gelernt, die Frage, wer hat eigentlich was von was? Und von der Beschäftigung mit Vorurteilen ohne Handlungsorientierung haben erstmal die Leute, die diskriminiert werden, gar nichts, wenn sich das Verhalten nicht ändert. Und ich habe verstanden, dass ich oft überschätze, wie viel Transfer Leute alleine hinbekommen. Das heißt, ich habe verstanden, ich muss wirklich auch in Handlungsmöglichkeiten arbeiten, ganz konkret an Situationen. Und das können Rollenspiele sein, das können Argumentationstrainings sein, das kann mit Multiplikator in eine kollegiale Freiberatung sein. Oder es kann einfach ein Sprechen über konkrete Situationen sein, über wirklich Handlungsangebote zu erarbeiten oder mindestens meinerseits Pfade zu legen. Und ich bemühe mich um Erfahrbarkeit, also dass es nicht abstrakt kognitiv bleibt, weil dann häufig der Transfer in den Alltag auch gar nicht stattfindet und es für viele Leute auch langweiliger ist, die nicht kognitiv intellektuell interessiert sind. Das heißt, ich versuche einerseits emotionale Perspektivwechsel zu ermöglichen, also sich wirklich einzufühlen. Immer natürlich mit der Einschränkung von dieser Einfühlung ist so punktuell nur die Spitze des Eisbergs, das muss man dazu sagen, nach einem Videoclip weiß ich nicht, wie ein Transkind sich fühlt, aber ich habe vielleicht einen Funken einer Ahnung. Und ich bemühe mich darum, Handlungsoptionen auch zu erproben. Also damit auch das erfahrbar wird, das ist häufig viel besser für den Transfer und auch für die Lebendigkeit des Angebots. Also viele der Themen, zu denen wir arbeiten, sind einfach auch anstrengend. Also Diskriminierung ist halt anstrengend und damit ist auch die Beschäftigung mit Diskriminierung anstrengend. Und wenn ich dann noch kritisch mein Verhalten überdenken soll und dann noch vielleicht einstecken soll, dass Leute was kritisieren, was ich sage oder sowas, dann ist das noch viel anstrengender. Das braucht ein Gegengewicht, damit Leute nicht aussteigen. Also die wenigsten Leute sind so leidenswillig, dass sie da einfach ewig dabei bleiben. Es gibt ein paar wenige, die dann bestimmte Communities formen, aber wenn wir mehr werden wollen, dann reicht es nicht nur, die anzusprechen. Und eine Sache ist, dass ich ein Gegengewicht über Spaß und positive Erfahrungen schaffe. Und das können auch die vorhin schon mehrfach aufgerufenen Spielchen sein. Oder schöne, selbstreflexive Austausche. Oder was soll ich, einen Spazierenden zum Thema zu machen und die Leute Lust haben, Spazieren zu gehen. Keine Ahnung. Also irgendwelche Dinge, das muss ich mir für die Zielgruppe überlegen und vielleicht auch mit denen, vielleicht gebe ich denen auch Wahlangebote und gucke, worauf sie am meisten Lust haben. Dinge, die irgendwie schöne Erfahrungen sind. Und idealerweise sind da auch drin schöne Erfahrungen mit Leuten, die eine andere Position vertreten. Also mit denen sie sich streiken, dann trotzdem auch eine positive Erfahrung in so einem Methodchen oder sowas machen zu können. Ich tue auf keinen Fall Leute in was Intensiveres in Kleingruppen fremdbestimmt zusammen, die davor vielleicht sich verletzende Sachen voreinander anhören mussten oder sowas. Also nicht so weit. Aber Dinge zu ermöglichen, wo es möglich sein kann, dass nicht die gesamte Beziehung, die sie miteinander haben, strukturiert ist durch die inhaltliche Differenz. Das kann es ermöglichen, sich auch nochmal anders zu öffnen, dann für die kontroversen inhaltlichen Diskussionen. Und wie schon mehrfach erwähnt, bemühe ich mich sehr, auch auf der inhaltlichen Ebene das Utopische durchblitzen zu lassen. Also wirklich die Frage, als für mich eine der ersten meiner Planungsfragen, wenn ich ein Bildungsangebot entwerfe, was ist eigentlich verheißungsvoll an den sozialen und politischen Perspektiven, die ich hier anbiete? Was ist daran für wen verheißungsvoll, dass das wirklich auch durchkommt? Und manchmal sind das wirklich Kleinigkeiten dessen, wie ich mit Leuten umgehe. Manchmal ist das schon was, wo Leute rückmelden, boah, ich wusste gar nicht, dass so ein Lernsetting möglich ist. Und das spricht ja irgendwie auch für die Themen, wenn das möglich ist oder so. Ich bin nämlich um Relevanzherstellung, in Planung und Durchführung. Also was könnten meine verschiedenen Zielgruppen vom Angebot haben? Das berücksichtige ich, wenn ich plane. Und ich versuche aber auch in der Durchführung, es für sie transparent zu machen. Das ist nämlich auch da, darf man die Transferfähigkeit nicht überschätzen. Was, wo ich denke, ist doch total offensichtlich, dass es was mit eurem Leben zu tun hat, ist das überhaupt nicht immer für die Teilnehmenden. Das heißt auch da immer wieder nochmal herzustellen, was ist daran relevant für euer Leben. Ich bemühe mich, bewusste Entscheidungen zu treffen bezüglich der Zielgruppen. Also in welchen Zielgruppen habe ich genug anzubieten, wenn es eine Zielgruppe ist, bei der ich selbst, also gegenüber der Mehrheit der Teilnehmenden denke, das geht nicht, ich verstehe das nicht, ich will das nicht verstehen, ich will, dass ihr einfach anders seid, dann mit solchen Zielgruppen nicht zu arbeiten, weil da können andere viel wirksamer sein. Das ist auch verwendetes Geld, das ist für mich anstrengend, das ist für die Teilnehmenden unangenehm und das wird niemanden gewinnen. Und aber auch in heterogenen Zielgruppen, wo ich so, ich kann nicht so vielen was oder nicht allen was anbieten, vielleicht zu schauen, gibt es eine Teamzusammensetzung, die dann besser funktioniert. Wo vielleicht wer anders denen was anbieten kann und ich kann den einen was anbieten und eine andere Person den anderen. Das heißt, es kann heißen, dass wir im Team eine Aufgabenteilung haben, dass wir manchmal die Gruppe trennen und unterschiedliche Leute sozusagen unterschiedlichen Teilgruppen was anbieten. Ich versuche mit Ressourcenproblemen bewusst umzugehen, also ich kann nicht zaubern, ich kann die nicht wegzaubern, ich kann auch nicht zaubern, wenn ich wenige Ressourcen habe, dann trotzdem diese krasse Gemengelage an Heterogenität zu berücksichtigen. Ich bemühe mich, GeldgeberInnen oder AuftraggeberInnen aus einer ExpertInnenperspektive Rückmeldung zu geben, was kann ich für das, was ihr mir an Ressourcen bietet, was kann ich dafür erreichen, anbieten. Und wenn ihr mir nur die und die Ressourcen bietet, kann ich das und das nicht erreichen, was ihr euch aber wünscht. Das werden auch andere wahrscheinlich nicht erreichen können. Man kann das versuchen, mit anderen darüber zu sprechen. Das ist natürlich eine Luxusposition, wenn ich genug Aufträge oder Anfragen habe, auch auf andere zu verweisen, desto dringender ich die Ressourcen brauche, desto weniger werde ich wahrscheinlich was durchsetzen können. Aber es macht in meiner Erfahrung einen großen Unterschied, ob ich aus einer ExpertInnenperspektive sage, für das, was ihr wollt, bräuchte es das und das und das. Für das, was ihr mir bietet, kann ich nur das bieten, als Bittstellerin zu sagen, auch könnt ihr mir nicht ein bisschen mehr Geld geben. Das macht also innerlich, die Haltung macht einen riesen Unterschied und auch, wenn ich dann entsprechend auftrete, macht das einen Unterschied. wenn ich da nicht viel verändern kann, dann entlastet es manchmal schon was, wenn ich selbst mir vor Augen führe, dass die Probleme, an die wir gerade stoßen, weder an den Teilnehmenden noch an mir liegen oder jedenfalls nicht nur. dann muss ich nicht wütend auf die Teilnehmenden sein, zum Beispiel auf manche Teilnehmende. Und manchmal entlastet es auch was, wenn ich transparent mit den Teilnehmenden sage, ich würde euch total gern das und das alles anbieten. Ich würde jetzt gerne das und das in nochmal größerer Tiefe diskutieren, aber ich kann das nicht alles gleichzeitig und ich bin auch gebucht, um das und das zu machen. Oft entlastet das was, wenn ich das anliegenwürdige und begründe, warum ich das gerade nicht erfüllen kann. Um das alles nochmal zu relativieren, all diese Ansprüche, die ich gerade aufmache, also mir gelingen die allen schon nicht immer. Also das ist nicht immer alles erfüllbar. Es geht mir nicht darum, jetzt zu sagen, wenn mir das nicht alles gelingt, bin ich eine schlechte Bildungsarbeiterin. Mein Vorschlag ist, beides in den Blick zu nehmen. Also was gelingt mir schon, welche Teil-Zielgruppen erreiche ich schon, wenn da Leute mit Begeisterung rausgehen, dann mache ich ja einen Teil schon richtig. Dann sollte ich nicht einfach alles über Bord werfen. Und anzuschauen, an welchen Stellen könnte ich was weiterentwickeln und da Schritt für Schritt vorzugehen. Also nicht zu denken, das taugt jetzt alles nichts, weil mir das und das nicht gelingt, sondern zu gucken, was könnte der nächste Schritt sein und was könnte vielleicht im Jahr nochmal zu erreichen sein oder so. Also da auch Wohlwollen mit den eigenen Grenzen umzugehen und auf beide Aspekte zu schauen. Und dann komme ich zu der letzten Folie, nämlich Besonderheiten in anderen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit. Also es lässt sich natürlich vieles an den Analysen, die ich gerade gegeben habe, sowieso auf alle möglichen Tätigkeitsfelder, auch auf Aktivismus und so weiter übertragen. Aber die Umgangsweisen, die ich jetzt aufgemacht habe, leben ja sehr von so einem formalen Bildungssetting, in dem ich Dinge aufbauen kann, Schritt für Schritt, in dem ich mit Methoden arbeiten kann und so weiter. Wenn ich mir andere Arbeitsfelder der sozialen Arbeit anschaue, kann es schon mal sein, dass ich Auftragskonflikte habe. Mein Auftrag ist vielleicht gar nicht Bildungsarbeit. Mein Auftrag ist auch nicht irgendwie Antifeminismus abzubauen. Mein Auftrag ist vielleicht, eine Person in Arbeit zu bringen oder einen Familienkonflikt zu lösen oder eine Wohngruppe zu betreuen und dafür zu sorgen, dass Leute irgendwie zum Beispiel nicht mehr so schuldistant sind oder sowas. Also ich habe einen völlig anderen Auftrag. Da kann es einen Auftragskonflikt geben, mit dem muss ich halt irgendwie, also da kann ich jetzt auch nicht viel herbeizaubern. Irgendwie muss ich einen Umgang mit diesem Auftragskonflikt finden. Wahrscheinlich werde ich sehr viel weniger Zeit dann auf den Bildungsaspekt legen können, aber vielleicht kann ich trotzdem was einbauen. Wenn ich mir Einzelsettings anschaue, also ich schaue mir jetzt besonders langfristige Einzelsettings an. So ein kurzes Beratungssetting kann da nicht so viel zu leisten. Weil wenn ich mir ein längerfristiges Einzelsetting anschaue, wie Einzelfallbetreuung oder sowas, dann habe ich da eine ziemlich gute Chance durch die Längerfristigkeit Alternativen zu antifeministischen Versprechungen zu fördern oder auch Empowerment zu begleiten oder engagiert zu stärken. Also alles das kann ich im langfristigen Einzelsetting, da kann ich ja viel mehr auf die einzelnen Bedarfe eingehen und ich muss mich zum Beispiel auch nicht damit beschäftigen, wenn jemand sich antifeministisch äußert, was das für die anderen heißt, die das mithören müssen, weil es muss niemand mithören. Das heißt, da bietet ein Einzelsetting richtig viele Möglichkeiten. Eben in diesen längeren Angeboten kann ich Beziehungsarbeit leisten, ganz anders eine Beziehungsarbeit aufbauen. Das hat ein Riesenpotenzial, dafür mehr Vertrauen aufzubauen, dass Leute auch mehr eröffnet, sich auf meine Angebote einzulassen. Was ich nicht kann in Einzelsettings, ist, andere Stimmen in der Gruppe einzubeziehen. Das heißt, wenn wir in eine Konfrontationsposition geraten, wo das eine gegen das andere steht, wo es in heterogenen oder in Gruppen überhaupt möglich ist, dass ich nochmal andere Stimmen reinwohle, auch um mal selbst ins nochmal Denken zu kommen, selbst aus dieser Konfrontationsposition rauszukommen, aber auch die andere Person einzuladen, das zu tun, das kann ich in einem Einzelsetting nicht. Da muss ich irgendeine andere Form des Auswegs finden. In Jugendfreizeitangeboten, Wohngruppen und ähnlichen Kontexten ohne Seminarsetting, also in denen können ja auch Seminare stattfinden möglicherweise, aber das ist ja nur ein kleiner Teil der gesamten Zeit, die da stattfindet, habe ich erstmal das Problem, dass ich keinen systematischen Aufbau machen kann. Ich kann nicht erst irgendwie Beziehungsaufbau machen, dann ein paar Methodchen zum Anwärmen, Relevanzherstellung und so weiter. Das geht da alles erstmal wenig. Also nicht so in dieser strukturierten Form, sondern ganz viel findet in Tür- und Angelgesprächen statt. Das heißt, ich muss anders vorbereitet sein, was sage ich in Tür- und Angelgesprächen, wo ich nicht lang was aufbauen kann, sondern wo ich manchmal eine Minute habe, was zu sagen. Da muss ich mich gerade anders inhaltlich nochmal drauf vorbereiten auch. Ich habe eine Möglichkeit, in diesen Settings Gesprächsanlässe zu schaffen. Und dann durch Deko, also durch Plakate, die aushängen, durch Materialien, die ausliegen, durch Musik, die läuft, durch Veranstaltungen und so weiter, da kann ich Gesprächsanlässe schaffen. Dann sollte ich auch die Zeit einplanen, mit diesen Gesprächsanlässen dann auch was zu machen. Und ich sollte meine Ansprechbarkeit signalisieren, dass Leute wissen, sie können mich auch für diese Themen ansprechen. Und ich muss mich vertrauenswürdig erweisen. Es kann gut sein, dass die vorher zehn Testballons starten, auch indem sie vielleicht Sachen sagen, die mich ärgern, um erstmal zu gucken, wie bin ich tatsächlich, also wie verlässlich bin ich in dem Thema, bevor sie mich dann vielleicht auch als Ansprechperson nutzen. In Wohngruppen haben wir eine hohe Verbindlichkeit, das ermöglicht längerfristige Beziehungsarbeit. Da haben wir eigentlich eine Mischform möglicherweise von dem, was ich jetzt hier für die, also im unteren Bereich gesagt habe, und aber auch den Einzelsettings, weil da ja auch viele Einzelbespräche wirklich längerfristig möglich sind. In der Jugendfreizeitarbeit haben wir es mit Freiwilligkeit zu tun. Freiwilligkeit hat das Risiko des Abspringens. Also wenn ich da was mache, was die Leute langweilt oder ärgert, kann es einfach auch sein, dass die nicht mehr wiederkommen. Das kann einen ganz schönen Druck machen. Und viele JugendarbeiterInnen, die ich erlebe, haben auch ein Gefühl von, ich muss total darum werben, dass die Leute bleiben wollen. Da ist dann auch möglicherweise eine Entscheidung zu treffen, um wen werbe ich eigentlich. Und an welchen Stellen nehme ich auch hin, dass es für manche Leute einfach nicht das richtige Angebot ist und sie halt dann nicht mehr kommen. Das sind manchmal schmerzhafte Entscheidungen. Gleichzeitig hat die Freiwilligkeit die große Chance, dass weniger Misstrauen vorhanden ist, als in schwulischen und schulverwandten Settings. Und möglicherweise bleiben Leute über Jahre dabei und sind dann gerade über die Beziehungsarbeit, auch über eine gewachsene Beziehungsarbeit, durch irgendwie schöne Freizeitbetätigungen gemeinsam, ganz anders offen, auch sich inhaltlich von mir Sachen anzuhören. Und damit bin ich fertig und danke für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. Und weise nochmal darauf hin, dass einiges nochmal ausführlicher in den Texten auch zu finden ist. Vielleicht sehen wir uns irgendwann. Tschüss. Tschüss. Immer När Schaaf. Tja. Noch keine Menge Buchstulung. zz. Tja. kaç einemuşe dumpfe? Tja. 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 Tja.